Ihr wisst das nicht, ihr wisst das wirklich nicht, aber der dunkle Parabelritter, der hat auch schon seit mehreren Jahren ein Heilmittel für Krebs bei sich auf dem Schreibtisch rumliegen, aber es wird medial zurückgehalten. Die Pharmaindustrie will nicht, dass der dunkle Parabelritter Krebs heilt. Der hat da schon eine fertige Tablette. Er hat sogar Minzgeschmack. Er hat sogar Minzgeschmack, die Tablette. Und heilt Krebs. Und jetzt hat er hier endlich die Lösung für Israel gegen Palästina. Ja, großartig. Ich bin sehr, ich bin froh. Ja, was willst du denn auch machen, ne? Bleib einfach dabei. Lange nix mehr gesehen von mir, nicht wahr? Vielleicht fällt euch auch... Wie ist denn das Abgemischte? Es ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn ich den Volume Booster anmachen muss. Ich hoffe, dass ich gerade keine Videoidee habe. Nix. Mein Kopf ist leer. Also, nein, leer ist er jetzt nicht direkt. Ganz im Gegenteil. Ich habe keine Videoidee. Ich habe leider keine Videoidee, wenn es um Metal-Videos geht. Keine krasse Musik, die ich gerade präsentieren kann. Also lösen wir einfach mal den Auskonflikt. Nur eben vorbeigehen. Sicherlich könnte ich darüber sprechen, dass Maiden nicht in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen wurde. Was ist denn mit der Goldmitte passiert? Oder dass ich neidisch auf Andrew W.K. bin, weil er Kate Dennings heiraten wird. Tja, aber ganz ehrlich, unter uns mal gesagt, wen interessiert das? Was hat das gerade für eine Bedeutung? UN bitte einmal mitschreiben jetzt. Die United Nations. Einmal bitte mitschreiben. Gleich wird der Nahostkonflikt gelöst. Solange dieses Virus und politische Ignoranz uns verbieten, ein kulturelles Leben zu führen, außer in unserem Kopf und im Fernseher, passiert nichts mehr als inflationäre Releases und Skandale, die aufgedeckt werden. Und davon habe ich ehrlich gesagt die Schnauze voll. Könnte ja mal wieder mehr Metal sein. Ja! Ja! Sollte es. Ich warte ja nur da drauf. Glaubt mir. Ich mache jetzt am 8. Einfach mal Iron Maiden auf dem Gazastreifen auftreten lassen, ne? Musik verbindet. Das habe ich schon von Anfang an gesagt. Wenn ihr da den Nahostkonflikt lösen wollt, einfach mal am Gazastreifen auch mal so ein Metal-Festival veranstalten. 10. und 19.06. ein Livestream-Festival, weil ich jetzt mein zweites Festival am Stück absagen musste. Also es bleibt ja nichts anderes übrig. Ich habe die Schnauze voll. Wir sind doch mittlerweile alle, vor allen Dingen nur noch eins, ne? Angespannt. Und zornig. Und wütend. Aber irgendwie auch depressiv und verzweifelt. All das zusammen. Jede Kleinigkeit kann dazu führen, dass es explodiert. Und an allen Stellen wird der Mensch gerade auch so aufgepeitscht. Der Diskurs wird zunehmend einseitiger. Es gibt kein Grau, nur noch Schwarz und Weiß. Ja, die sind schuld, die sind schuld. Aber dass vielleicht alle schuld sind. Oder vielleicht auch gar keiner. Es gibt kein Grau mehr. Dabei ist eigentlich alles grau. Alex, mach doch mal ein Video gegen HP Baxter. Der hat die Gendersprache kritisiert. Nein, verdammt. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass man sich als Influencer nur... Es geht wirklich um den Israel-Konflikt, ne? Ist auf jeden Fall eine wilde Einleitung, ne? Wenn man ein 14-Minuten-Video macht, wo man die Lösung für den Israel-gegen-Palästinerkrieg, der schon so eine Woche oder zwei läuft, ne? So insgesamt sind die da schon so, sagen wir mal, drei, vier Tage sind die sich schon uneinig. Ne? Historisch gesehen. Und dann schwingt man erstmal so ein bisschen Systemkritik und politische Kritik am Anfang über die Corona. Über die Corona-Maßnahmen. Und dann macht man noch so ein bisschen Gender-Gaga mit HP Baxter. Das ist super. Du hast 14 Minuten, aber was? Ich brauche nur 10. Ja? Meine Leute, hier ist der dunkle Parabelritter. Ich bin hier am Gazastreifen, um euch mal zu sagen, dass ich öffentlich zu HP Baxter und diesem ganzen Gender-Gaga keine Stellung beziehen werde. Ich bin hier, um den Konflikt zu lösen. Und viele von euch, hört doch mal auf jetzt mit dem Raketenschießen da hinten. Lasst das doch mal sein jetzt hier. Hört doch mal auf. Macht die AK weg. Beide. Hingehört. Ähm, wir sind alle ein bisschen angepisst. Corona ist auch schlimm für mich. Habt ihr schon mein drittes Festival abgesagt? Hallo! Ich habe gesagt, heute auf mit dem Raketenschießen. Wirklich bislang ein sehr gutes Video, muss ich sagen. Bislang muss ich wirklich sagen, ist das auch sehr gut. Rhetorisch für oder gegen etwas positionieren muss. Rhetorisch für oder gegen etwas positionieren muss. Das finde ich eine gute Formulierung. Hat der das wirklich gesagt? Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass man sich als Influencer notorisch für oder... Jetzt mal formulieren. Super! Das macht mich krass. Finde ich gut. Finde ich gut. Erstmal Corona-Maßnahmenkritik. Dann Gender-Gaga-Kritik. Jetzt auch noch allgemeine Kritik an dem Influencer-Innen-Dasein. Und das alles in zwei Minuten 17. Wo er eigentlich den Nahostkonflikt lösen wollte. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Dank, meine Lieben. Ich meine, ich sage ja nicht, dass das YouTube von 2012 besser war oder dass ich es mir zurückwünsche. Doch, eigentlich schon. Das war wirklich eine bessere Zeit. Ja, war eine bessere Zeit. Weißt du, was auch eine bessere Zeit war, Isa? Als meine Kamera noch gerade gestanden hat. Mach mal, Isa. Kamera. Kamera. Der kleine Wichser hat die schon wieder... Boah, hat er gerade gemacht. Vor einer halben Stunde. Bisa. Kreativer. Eine positive Zeit. Aber jetzt im Moment, ich schweife ab. Dekadi. Nee, du schweifst nicht ab. Bislang kannst du noch gar nicht abschweifen, weil du ja noch gar nicht beim Thema warst. Ich brauche neun Minuten, um den Konflikt zu lösen. Hier kommt sie nun. Meine Meinung. Meine, auch wenn ich nicht danach gefragt wurde, Meinung zum Konflikt zwischen... Lösung, nicht Meinung. Auf diesen wie auch anderen Hassportalen hat gerade jeder Hobby-Pandemie- und Umfolgungsexperte eine rasante Umschulung gemacht. Spannend eigentlich, ja. Immer wieder erstaunlich zu erleben, dass ein Problem, das mithin als der komplizierteste Konflikt der Welt bezeichnet wird, von vielen so einfach gelöst werden kann, dass wir jetzt alle Nahost-Experten haben. Erstaunlich, also wie schnell das teilweise auch geht, da so einen Erfahrungsstand aufzubauen. Ich bin geradezu begeistert. Diese Krise ist gerade wirklich förderlich für den Weltfrieden und die Entwicklung der menschlichen Zivilisation. Die Leute haben Zeit, sich darüber Gedanken zu machen und zack, entstehen nur Lösungen. Moment. Was ist denn ein Umfolgungsexperte? Naja, Great Reset, ne? Also die, die, Deutschland wird umgefolgt. Es wird demnächst keine Deutschen mehr geben. Punkt. Deutsche sterben aus. Bio-Deutsche. Also Aria. War da nicht mal was mit Hongkong? Hört man ja gar nichts mehr davon. Hat man bestimmt schon eine Lösung gefunden. Die Lösungsansätze für dieses Problem reichen von erschießt alle Juden zu erschießt alle Palästinenser. Wahlweise wird auch Georg Kreisler ins Feld geführt. Schlagt sie alle tot. Und das machen sie ja auch fein. Also versuchen sie zumindest. Gerade sind 14.000 Bodentruppen im Einsatz gegen die Palästinenser gewesen. Oder auch nicht. Man hat irgendwelche Tunnel gesprengt. Wer weiß das denn schon? Also schon gegen die Hamas im Einsatz. Aber irgendwie auch wieder gegen die Zivilbevölkerung. Also ich sag mal so, auf beiden Seiten gibt es Tote. Beide Völker leben in einem dauerhaften Kriegszustand. Und Terror ist für alle völlig normal. Ich hatte letztens Shark Shapira zu Gast auf Twitch und er meinte... Shark Shapira ist auch ein wilder Mensch. Der ist wirklich sehr wild. Shark Shapira. Das ist ein Großteil seiner Kindheit... Bin ich glaube ich auch auf Twitter geblockt von ihm. Ich glaube ich bin auf Twitter von ihm geblockt. ...im Bunker stattfand. Warum fragt ihr euch? Weil ich ihm mal gesagt habe, du bist ein unwitziger Bastard. Und hör auf Witze zu machen. Ich glaube, das habe ich... Wenn man bei Drachenlord gescheitert ist, muss man erst mal einen einfacheren Konflikt lösen. Für das Mindset... War ich vielleicht auch ein bisschen scharf unterwegs mit meiner haltlosen Kritik. Potenziell. Soll ich mal ehrlich sein? Bin ich ja sonst nie. Erkennt mich, meine Lieben. Erkennt mich. Ich würde mir im Traum nicht einfallen lassen, dass ich irgendeiner Seite hier Recht gebe. Oder dass ich hier irgendeiner... Ja, aber was ist das denn für ein bescheuerter Clickbait? Wie kannst du denn in den Titel reinschreiben? Israel gegen Palästina. Die Lösung. Und dann erstmal viereinhalb Minuten über deinen Stuhlgang sprechen. Um dann zu sagen, ja gut Bruder. So richtig Recht hat keine Seite. Ja, dankeschön. Vielen Dank. Dass dieses komplexe Problem so differenziert bearbeitet worden ist. Irgendwie meine Meinung darüber, wie diese Krise zu beenden ist, in den Äther schreien würde. Also, woher soll ich das denn wissen, was richtig ist? Ich habe weder Religionswissenschaften, noch Politik, noch Diplomatie studiert. Habe nie dort gelebt. Kenne überhaupt nicht genug Israelis oder Palästinenser und davon auch nicht genau die gleiche Menge, dass ich mir einen Standpunkt erlauben dürfte, ohne entsprechend vorurteilsbehaftet zu sein. Also ist er grundsätzlich an der Sausage-Party gesehen und hat keine Ahnung von dem Konflikt. Aber erstmal einen Lösungsansatz-Video machen, oder wie? Und ich denke... Wo kommt denn jetzt noch... Wo kommt denn... Was ich mich wirklich frage, ist... Wo kommt denn jetzt noch neun Minuten Content her? Wenn er doch nach fünf Minuten sagt, Bruder, ich habe keine Ahnung von irgendwas. Dann lasst doch einfach das Video Bruder. Ja, ja. Ich denke, und das ist jetzt meine Meinung, das ist das, was ich euch sagen will. 99,9% aller, die ihre Meinung dazu gerade herausposauen, haben ebenso wenig fundierte Kenntnisse. Ja, aber der Mensch, der braucht sie immer, die Schuldigen. Wir müssen Schuldige finden. Wer ist denn jetzt Schuld? Israel, die palästinensische Siedler mit Gewalt vertreiben? England. Ich wohne in Irland und grundsätzlich, grundsätzlich können wir hier in Irland jedes Problem lösen, wenn es um Schuldzuweisungen geht. England hat Schuld. Das ist also... Zieht nach Irland und ihr habt einfache Problemlosung. Ist ja auch so. Also ich will... Also UK hat das irgendwann mal entschieden. Aber ob die jetzt... Also ob die Schuld haben oder nicht, steht für mich als ihre erstmal nicht so wirklich in Frage. Auch wenn die damit nichts zu tun gehabt hätten, hätten wir einen Weg gefunden, England schuldig zu machen. Die Hamas mit ihren Raketen oder vielleicht auch die... Gibt es Religionswissenschaften? Theologie, klar. Selbstverständlich gibt es Religionswissenschaften. Religion... Dass dir von den Fakultäten, die aufgezählt worden sind, Diplomatie jetzt nicht als erstes so als ein bisschen fragwürdig einfällt, sondern Religionswissenschaften, zeigt wirklich vieles. Zeigt wirklich vieles. Der Umstand, dass sich beide Völker Jerusalem jetzt nicht heilen wollen, wegen dieser Religion, sind nicht eigentlich grundsätzlich Großbritannien und Frankreich schuld an der ganzen Misere? Stichwort Sykes-Picot-Abkommen. Da war doch was. Kolonialismus? Ja, ist das nicht schön, dass wir Europäer allen anderen Kultur gebracht haben? Und Krankheiten. Und Tod und Krieg. Naja, vielleicht Konflikte, die auch noch 100 Jahre später zu Mord und Totschlag führen, aber ich schweife ab, das interessiert ja überhaupt gar keinen mehr. Und man muss ja auch mal nach vorne blicken können, oder? Seien wir mal dankbar. Seien wir endlich mal wieder dankbar. Dankbar. Ich bin dankbar, dass mir Julian Reichelt mal wieder die Welt erklären kann. Die Welt und die BILD haben nämlich endlich herausgefunden, Fridays for Future sind Antisemiten. Eigentlich nett von der BILD das zu behaupten, da viele ihrer Leser ja vermutlich auch Antisemiten sind. Ich spreche übrigens gezielt von Julian Reichelt als Sinnbild für all das, was in diesen ganzen Outlets da passiert. Aber noch einfach, hätte man auch Axel Springer sagen können, aber spielt jetzt keine Rolle. Er meint die Springer Verlage, Verlagsagenturen, die alle sehr fragwürdigen Unsinn von sich geben. Wobei man sagen muss, dass Fridays for Future International schon eine sehr wilde Formulierung hat preisgegeben, wenn es um den Nahostkonflikt geht. Eine Formulierung, die so wild gewesen ist, dass sogar Fridays for Future Deutschland sich explizit davon distanzieren musste. Weil die BILD ja stellvertretend Greta Thunberg für alles nimmt, was mit Fridays for Future in Verbindung steht. Also ist Julian Reichelt schuld an allem. Ja, halten wir das mal fest. Jedenfalls, was da passiert ist, Greta hat gegen, hat etwas getwittert, gegen das Töten von Zivilisten. Das kann die BILD so natürlich nicht einfach stehen lassen, schließlich hat sie etwas von einer Pro-Palästina-Seite geteilt. Ganz schön schlimm, sich für menschliche Unversehrtheit einzusetzen. Schon, ja. Und überhaupt, ja, eigentlich hassen die von Fridays for Future ja Menschen und Autos. Weg mit denen. Am besten auch mit Raketen beschießen, ja. Und genauso richtig ist es auch, die Juden mit allem gleichzusetzen, was jeder Einzelne tut. Ja, Netanjahu steht dann halt für alles, was Juden tun. Die Palästinenser werden dann mit der Hamas gleichgesetzt. Oder am besten gleich mit allen Muslimen oder Islamisten. Was auch immer, alles ist gleiche. Und all die, die fürs Klima kämpfen, werden eben durch die Tweets von Greta vertreten. Ich meine, die Welt ist schon kompliziert genug. Lasst uns das mal ein bisschen eindampfen, oder? Langsam scheint es mir so, als ob ich vor dem Hintergrund all dieser Debatten da draußen eigentlich jedes Video in Zukunft so gestalten könnte. Wie geht das? Bitte studiert die Quellen. Ihr habt alle nicht recht. Meine Solidarität ist bei allen Menschen, die durch die Politik von irgendwelchen Arschlöchern in ihren Grundrechten und unveräußerlichen Menschenrechten beschränkt sind. Und damit meine ich... Shoutout to their families. Nicht-Maske tragen. Was ist mein Wunsch? Was würde ich vorschlagen? Also mein Wunsch wäre... Schweigefuchs aka das Symbol der türkischen Nazis. Ungeschickt. Wenn man sich ein bisschen mit dem Konflikt beschäftigt hätte und gerade auch mit dem deutschen Status, dann wird man feststellen, dass sehr, sehr viele der grauen Wölfe derzeit ein bisschen den Schweigefuchs machen. Was aber bei denen nicht so wirklich was mit dem Schweigefuchs zu tun hat. Von daher ist es wirklich ziemlich ungeschickt, so den grauen Wölfe, das graue Wölfe-Zeichen zu machen, wenn man über den Auskonflikt spricht. Gerade als Deutscher kann man jetzt... Also, naja. Ist ja auch... Lassen wir das. Mach doch einfach einen Start zusammen. Was ist denn mit der Goldman zu passieren? Seht ihr aber auch eine dumme Idee? Aber zumindest eine, bei der hoffentlich niemand getötet oder vertrieben werden muss? Was in der Realität nicht funktionieren würde. Logisch. Israel ist die Passion des Westens dort unten. Das Jahrtausende währende Leid der Juden wird als Schutzschild missbraucht, um Machtpolitik vor Ort durchzusetzen. Stichwort Netanyahus Machterhalt und politische Schwächung der Fatah. Und die Opfer sind am Ende alle in so einem Konflikt. Oder seid ihr eigentlich wirklich so grenzdebil dumm? Also das muss ich wirklich sagen. So, dieses Video bietet so unglaublich viel Angriffsfläche. Inhaltliche Angriffsfläche. Dass man doch wirklich nicht auf dieses offensichtliche... Auf das offensichtlich fehlende Auge anspielen muss, oder? Seid ihr eigentlich wirklich so kernbescheuert, oder was? Ja, ihm fehlt ein Auge. Wow! Und... Also wirklich. Was wollt ihr jetzt? Fucking ekelhaft einfach. Schäme ich mich für. Konflikt. Ja, auch die Juden sind die Opfer. Denn wie immer werden alle in Sippenhaft für diese internationale Politik genommen. Dieser sinnlose Antisemitismus, der sich neuerdings in Deutschland wieder umtreibt, der macht mich... Also ich weiß es nicht. Ich kann es nicht mehr in Worte fassen. Weiß ich nicht. Fassungslos wüten vielleicht? Entsetzt? Embarrassed über das, was meine Landsleute so umtreibt? Es kommt mir so vor, als würden immer mehr Menschen vollständig den Verstand verlieren. Geradezu zu Affen mutieren. Wobei ich damit den Affen sicherlich Unrecht tue, ne? Und... Grundsätzlich ja großer Gegner von Objektifizierung. Ne? Also... Sollte Menschen jetzt nicht wirklich mit Affen gleichsetzen? Ne? Gab's auch schon mal. Machen ein paar immer noch. Ist nicht so cool. Macht euch doch bitte mal die Augen auf. Ja? So. Auch ihr werdet von politischen Kräften missbraucht. Macht doch mal ein Video gegen HP Baxter. Nein, Mann. Lass dem alten Mann doch seine Meinung. Lass... Lass den doch erzählen. Wen juckt's denn? Haben wir denn jetzt keine anderen Sorgen, als die Frage, ob sich 0,00043% der volljährigen Bevölkerung von einer männlichen oder weiblichen Form diskriminiert fühlen? Das sind nämlich die als divers gemeldeten Menschen in Deutschland laut dem Presseportal. Das in einer Zeit... Oh, schwierig. 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 Sehr schwierig. Grundsätzlich... ...betrifft es deutlich mehr Menschen. Da Gendern per se auch zum Teil das Ziel hat, das generische Maskulinum abzuschaffen. Und mit dem generischen Maskulinum werden nun mal alle angesprochen. Oh, danke. Und wech 85, Bruder. Vielen herzlichen Dank. Mit der Abschaffung des generischen Maskulinums wäre dann auch die Frau inkludiert, sprachlich gesehen. Also betrifft es dann deutlich mehr als nur diese 0,4% und selbst wenn die Zeit, die es jemandem kostet, um zu recherchieren, wie viele non-binary Menschen in Deutschland gemeldet sind, die hätte man nutzen können, um sich ein bisschen mit der Thematik des Genderns allgemein zu beschäftigen. Das kostet ungefähr nicht viel mehr Zeit und dann würde man so einen dummen Stoß nicht von sich lassen. Bei vielen Themen ist es so, dass man diese mundtotmachende Keule schwingen kann. Wenn wir darüber sprechen, dann könnten wir bei den kriegerischen Handlungen und bei den großen globalpolitischen Konflikten, die derzeit herrschen und schon seit Jahrzehnten herrschen, auch die Bundestagswahl als nebensächlich abstempeln. Wir könnten auch Covid-19 als nebensächlich abstempeln und sagen, haben wir denn nichts Besseres zu tun, als uns über Covid zu unterhalten? Haben wir denn nichts Besseres zu tun, als eine neue Bundeskanzlerin zu wählen? Was ist denn mit der Goldmitte passiert? Ja. Guten Abend zusammen. Vieles, vieles gibt es, dass man sich moralisch, ethisch so gewichten kann, dass es wichtiger oder unwichtiger ist als das andere. Aber Probleme sind Probleme und die Anzahl der Leute, die diese Probleme beschäftigen, ist dabei nicht aussagend, ob man sie behandeln sollte oder nicht. Insbesondere, da der Aufwand, den Nahostkonflikt zu lösen, deutlich größer ist, als zu gendern. Aufwand und Nutzen ist da ja auch bei der Problembehandlung etwas, das man mit in den Diskurs nehmen sollte. Und dann ja, es ist ein wilder Sprung zu sagen, lass H.P. Baxter doch labern, was er möchte. Ich halte das übrigens für ähnlich. H.P. Baxter über Gendern, über die Vergewaltigung der deutschen Sprache sprechen zu hören, ist bei Liedern wie Hyper Hyper nichts anderes als Realsatire. How Much Is The Fish und Fuck 2020 sind Songs, die H.P. Baxter mit Scooter geschrieben hat. Und da muss man jetzt wirklich nicht darüber diskutieren, ob dieser Mann die Sprache als deutsches Kultur gut nach oben hält. Das müssen wir wirklich nicht. Von daher finde ich es mehr lustig als etwas, wo man sich jetzt groß drüber aufregen sollte. Aber solche Aussagen sind undifferenziert und dämlich. Undifferenziert und dämlich. Er beschwert sich darüber, dass nur noch schwarz und weiß gesehen wird, aber alles sei ein Grauraum. Alles sei Grauzone. Und dann sagt er ja, Mensch, 0,4% der Menschen in Deutschland sind als Non-Binaries gemeldet. Also haben wir wirklich Besseres zu tun, als dieser Handvoll unterdrückten Menschen, dieser Minderheit, sprachlich zu mehr Aufmerksamkeit zu helfen. Das ist halt ziemlich dämlich. Während es in diesem Land wieder Attentate aus politischen, rassistischen und religiösen Gründen gibt, in meiner Stadt, in Halle, da wird über die sprachliche Vorstellung von jemandem, der mit Hyper Hyper oder Don't Throw Away the Banana Box ist, Multimillionär geworden ist, debattiert. Ich persönlich, falls es euch interessiert, spreche und schreibe auch weiterhin binär sozusagen, sage Schülerinnen und Schüler. Das klingt auch viel besser. Dankeschön für deine sehr differenzierte Meinung, dass es besser klingt. Dankeschön. Tiva und das bisschen Zeit, das kann man sich dann auch noch nehmen, oder? Wenn es so ein wichtiges Thema ist. Und jeder, der ein Problem damit hat, darf mich gerne Krüppel nennen und seine Unterdrückung durch meine Unterdrückung ausgleichen. Oder mit die Fresse hauen. Bitteschön. Wenn mir 0,00043% der deutschen Bevölkerung in die Fresse hauen will, bitteschön. Es wollen sowieso vermutlich viel mehr. Es tut mir leid, aber das ist wirklich sehr dumm. Das ist wirklich sehr dumm, was er da gerade von sich gibt. Von daher, das spielt dann auch keine Rolle mehr. Wer Dinge nicht aus Scheinheiligkeit unterstützt, der werfe den ersten Stein. Ich habe jetzt gerade keinen Stein und bin kein Freund von Gewalt, aber Scheinheiligkeit hat mit gendergerechter Sprache absolut nichts zu tun. Mit Raketen auf Raketen antworten. So funktioniert es doch in der Welt, oder? Sehen wir doch gerade. Das ist übrigens der Grund, warum ich heute mal mein Glasauge nicht drin habe. Um euch in den Kommentaren mal wieder zu präsentieren, wie Menschen so drauf sind. Vermutlich auch Menschen, die es nicht bis hierher gesehen haben, weil sonst würden sie sich jetzt ertappt fühlen. Und dann hätte es vielleicht... Muss man übrigens sagen, auf Äußerlichkeiten einzudreschen oder auf ein fehlendes Auge, wo der Typ halt absolut gar nichts zu kann, ist menschlich schwach. Also das ist einfach anstandslos. Und die ganzen Leute, die das hier gemacht haben, die sollten sich einfach schämen. Das ist halt sogar ein leicht pädagogischen Wert. Leider lässt sich mit Provokationen so viel mehr erreichen als durch Diskurs. Aber wer immer zu feuert, der bekommt eben auch mal eine Rakete in Form von Anzeigen. Könntest du nicht mit ihm mal reden? Er meint es nämlich eigentlich nicht böse. Er ist ein guter Kerl. Ja, das ist das typische Kuchen-TV-Argument. Labert zwar unsäglichen Schwachsinn, aber er ist halt ein guter Kerl. So fucking nein. Und Parteiausschluss in die Fresse, Herr Palmer. Lasst euch nicht zu amoralischen Menschenfeinden aufstacheln. Ich weiß, die Zeiten sind hart und es ist nervlich schwer zu ertragen. Aber es kommen bessere Tage und die sind nicht mehr so weit weg. Versprochen. Ich wohne übrigens in einem Bundesland, das wollte ich noch erzählen, wo der Ministerpräsident fordert, man solle Wahlkandidaten nur noch nach Beliebtheitswerten auswählen. Ja, wo quasi Populismus Agenda sein soll. Gar nicht so eine blöde Idee, ne? Dann würden wir von Elias Mbarek und Palina Ruszynski regiert werden. Hat was. Wie genau kommt man auf diese Zahl der gemeldeten Non-Binary-Menschen? Anzahl der Menschen mit NB-Eintrag im Ergänzungsausweis kenne genau eine Transperson, die so einen Ausweis hat, von circa fünf Transmenschen aus meinem Umkreis. Also erstmal ist eine Transgender-Person nicht Non-Binary. Non-Binary sind die Menschen, die sich keinem Geschlecht zuordnen. Oder einem nicht, oder eben einem nicht-binären Geschlecht. Ja, das sind dann die, wo man, wenn man im Internet unterwegs ist, das sind dann die, die, äh, ich bin Kampfhubschrauber, darf ich das jetzt auch sein? So, das sind, das sind Non-Binaries, ja. Transgender ist was völlig anderes. Eine Transgender-Frau ist ein, ist ein Mann, der, äh, dessen soziales Geschlecht, also Geschlechtsidentifikation, Frau ist. Also binär zuordbar. Eine Transgender-Frau ist keine Transgender-Frau, sondern eine Frau. Und ein Transgender-Mann ist ein Mann. So, das ist relativ einfach. Ähm, und Non-Binary sind alle, die eben nicht in das klassische, äh, veraltete Zweigeschlechter-System, ähm, einzuordnen sind. Und da überhaupt einen Eintrag zu bekommen, beziehungsweise, äh, das Ganze melden zu können, ist sehr, sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Ja, Herr Remmo. Auch Transgender-Menschen haben unglaublich ekelhafte Hürden, die sie überspringen müssen. Und das kostet auch einiges, äh, bevor sie sich mit ihrem Geschlecht eintragen lassen können. Sehr viele Transgender-Menschen sind immer noch mit ihrem biologischen Geschlecht auf dem Perso unterwegs, weil einfach der bürokratische Weg, äh, das Ganze umzuschreiben, gigantisch ekelhaft ist. Ja. Und das sind alles Probleme, die nicht nur 0,4 Prozent der, der deutschen Bevölkerung treffen. Sondern das ist ein Problem, das uns alle gesellschaftlich treffen würde. Denn diesen Menschen zur Sichtbarkeit und Anerkennung zu verhelfen, ist, ist, ist nichts, das man irgendwo hinten anstellen sollte. Oder wo man sagen sollte, damit haben wir nichts zu tun, lass die doch ihren Scheiß machen, das sind eh so wenige. Und wenn die mich alle hassen und auf die Fresse hauen wollen, ist mir das scheißegal. Das ist ein bisschen zu kurz gedacht. Das ist ein bisschen zu schwarz-weiß gedacht. Und das ist auch ein bisschen zu bescheuert. Wenn wir da alle an einem Strang ziehen würden, dann würde das auch sehr schnell funktionieren. Bisam, was ist denn mit der Goldmünze passiert? Der Gedanke. Ja. Ich fahre nächste Woche übrigens in den Urlaub nach Kroatien. Ja, Karl, wenn sich jeder irre in Sekunden zur Frau erklären kann, ist das Thema auch nicht geholfen. Kili Bane, Dankeschön für einen der dümmsten Beiträge, die ich bislang inhaltlich als auch vom allgemeinen Schriftbild auf Twitch lesen durfte. Ist ein sehr nicer Strohmann, den du da geworfen hast. Und ich muss dir leider sagen, dass du keinen ausreichenden Wissensstand hast und über dieses Thema irgendwelche Kommentare zu verfassen. Aber trotzdem danke für deinen Beitrag, denn der hat mir geholfen, deine Dummheit vollständig zu monetarisieren. Ja, ich heuchle. Ja, kann ja nicht sein, dass ich alles dicht machen kritisiere und dann in den Urlaub fahre. Wie die ganzen Prominenten auch. Da werde ich übrigens so richtig schöne Livestreams aus Dubrovnik und vom Strand und so antun. Ja, nur um euch so ein bisschen neidisch zu machen. Die 10 Tage Quarantäne im Anschluss, ja, die sind easy. Schließlich habe ich ja eh seit über einem Jahr keinen echten Job mehr. Also, daran hat auch Jan Josef übrigens nichts geändert. Non-binary gehört aber auch transgender dazu, weil als trans wird man bezeichnet, wenn man nicht dem bei Geburt gegebenen Geschlecht in den Physik, also non-binary. Das, du bist doch, nein, hör auf. Hört auf, so einen Schwachsinn zu erzählen. Guckt euch doch mal an, was binär ist. Non-binär. Das heißt, weder Mann noch Frau. Ein Transgender ist ein Mann oder eine Frau. So, Transgender bedeutet, mein biologisches Geschlecht stimmt nicht mit dem sozialen Geschlecht überein. Ich bin biologisch als Mann geboren, identifiziere mich allerdings als Frau. Transgender. Frau. Transgender-Frau ist eine Frau. Und ein Transgender-Mann ist ein Mann. Und non-binary Personen sind Menschen, die eben nicht in dieses Raster Mann-Frau fallen. Ist doch ganz einfach. So schwer ist das nicht. Das ist wirklich nicht schwer. Das ist wirklich nicht schwer. Wenn ihr euch über die lustig machen wollt, ja, dann seid ihr Abschau. Wenn ihr wirklich nichts Besseres zu tun habt in eurem scheiß Leben, als Menschen, die Probleme haben, von denen wir alle noch nicht mal wissen, wie sich das überhaupt anfühlen könnte. Wo wir nicht empathisch sein können. Weil das eben, weil das eben nicht so einfach ist, wenn ihr euch darüber lustig machen wollt, ja. Dann seid ihr nicht besser als Rassisten. Dann seid ihr ekelhaft. Aber gut, dass er durch alle Talkshows tingeln konnte und 13 Millionen Tatort-Zuschauer abholen konnte. Das bedeutet nämlich für Jan Josef sehr viel Geld potenziell und nichts für alle anderen. Aber so ist das eben, ne. Alles für die, die die lauteste Stimme haben, ein bisschen provozieren können und einfach unbeschadet mal mit so ein paar Raketen schießen können. Kollateralschäden. Meinetwegen. Und falls ihr mein Buch, du kannst sie nicht alle töten und nicht haben solltet, glaubt mir, es hilft ein bisschen in dieser Zeit. Ja, genauso wie es mir geholfen hat, das zu schreiben. Ich muss jetzt ein neues Buch schreiben, einfach weil es schon wieder so viel hier drin ist. Habe ich eine Lösung? Nein! Nein! Ich bin auch nicht der Experte. Ich habe die ganze Zeit gesagt, nein! Ich bin genauso fassungs- und hilflos wegen dieser andauernden Gewalt und wünschte, der Mensch wäre einfach nicht so, wie er ist. Und ich hoffe, dass sich dieses Problem irgendwann anders als durch Krieg lösen lässt. Aber nein, ich glaube nicht dran. Ich glaube einfach nicht dran. Am Sonntag ist Sammy von den Braulers bei mir zu Gast. Die Leoniden sind da. Una ist da. Ja, spannende, nicht total Metal-mäßige Konstellation. Feier ich. Darf er das? Mir egal. Und bei solchen Beiträgen denke ich mir dann auch immer so, Alex, halt doch einfach mal deine Fresse. 50% der Leute werden die Satire nicht verstehen oder verstehen wollen und die dir das Recht absprechen, dazu etwas sagen zu dürfen. Ich kann einfach nicht meine Fresse halten, wenn ich diesen ganzen Unfug sehe. Sorry. Deswegen mache ich ja YouTube, deswegen habe ich damit angefangen. Ich weiß, das ist schlecht für den Umsatz und das ist schlecht für meine Position und Popularität und weiter und so fort. Aber es geht nicht. Ich kann das nicht. Peace und Liebe, ihr Affenärsche. Bis dann und tschüssi. Aber das Video war doch komplett inhaltslos. Und ich habe auch keine Satire vernommen. Das war ja keine satirische Aufarbeitung des Konflikts. Das war ja überhaupt keine Aufarbeitung des Konflikts. So, da wurde weitgehend 14 Minuten über was anderes gesprochen. Und der und der Auskonflikt war, keiner der da was sagt hat, hat Recht oder Unrecht. Mario Hanna, Ganja, Mario Hanna, Mario Hanna, Ganja, auf dem Server. Komm an, Mario Hanna, Ganja.